Musik Hallo rüber, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Ähm, wir spielen Portal Stories Mail. Ich hab Bock. Einfach Bock. Auf dieses Spiel. Ich hab schon mal angefangen zu Let's Playen, falls sich der ein oder andere erinnert. Ähm. Aber ja. Ich hab's aus irgendeinem Grund wieder abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht. Aber hier sind wir. Starten das Spiel noch einmal neu. Und ich weiß auch nicht mehr, was darin vorkam so wirklich. Also von daher ist schon ein Weilchen her. Keine Kamera. Hat Gründe. Ich hab keine Lust. Ja. Portal Stories Mail. 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 Keine Ahnung. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Oh. Ja, okay. Ja, okay. Greetings, Astronaut, War Hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing, lots of doing, which brought you here. You're riding into the little Michigan town of, uh, wait, where are you again? Sarah, I can't give the name. Huh? Okay. Okay. So, this town doesn't have a name yet, as weird ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be an Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. Okay. And the trader arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Yeah. Führt in the Beat. Alles klar. Ja, ich hab ein wenig übrigens an die Soundeinstellung gefeilt, sag ich mal. Ein bisschen was geändert. Vielleicht könnte es sein, dass der Part dann ein wenig leiser klingt oder was weiß ich. Aber ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich's will. Und geht alles so, ich übersteuere nicht zu häufig, bin nicht zu leise oder so. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, Leute, ihr solltet da weg. Ich hab ein wenig Aperture-Central-Station. Wait. Chris, geh weg. Wie schreit du Station? Okay. Ich denke über das für einen Sekunden. Okay. Die Station hat ein extra O vor dem I? Okay, hör mal. Pack deine Dinge. Weil du gefeiert. Geh weg. Geh weg aus meinem Büro. Geh weg. Geh weg. Geh weg aus meinem Büro. Aber ich kann das nicht mehr registrieren. Okay. Okay. Ich frag nicht nach. Okay. Die berühmten Ladebildschirme, Leute. Ah. Okay. Gut. Gibt es hier Secrets? Achievements oder so? Um irgendwie... Wie wir irgendwie noch was finden, entdecken, was wir vielleicht nicht bekommen sollten? Wollen wir hinterjumpen irgendwie? Ah, ich glaub nicht. Okay. Okay. Ach komm. Okay, wir sollen nicht die Wände anfassen. Durin. Ha. Okay. Ja, ich denke wir können hier nirgendwo rausjumpen. Ich will jetzt auch nicht das Game breaken oder so. Aber hier hingucken möchte ich schon ganz gern. Ja. So interessant aus. In das Gebäude müssen wir rein. Ja komm, machen wir da mal. Ja. Okay, machen wir's. Hm. Ah, Cola. Ich dachte gerade, ist das etwa ein Kaffeeautomat? Oh nein. Das war kein Kaffeeautomat. Wieso ist hier? Doch, da ist jemand. Da ist jemand. Okay, ich bin doch nicht alleine. Ich dachte schon, hier ist niemand. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, dass die Stücke nicht bereit sind. Also, komm auf den stöten Elementen. Ah. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Bereitet euch schon mal darauf vor, Leute. Äh. 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 Okay, noch nicht. Huh. Ich bin ein wenig erkältet. Meine Stimme ist auch ein bisschen am Abkacken. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht so krass viel rede und wenn meine Stimme ein bisschen abkackt und ich ein bisschen schnupfen oder hin und her schnupfe hier, sag ich mal, dann ja. Es ist nicht schön. Aber meine Stimme ist schon seit Monaten eigentlich am Abkacken. Gefühlt Monaten. Eigentlich nur ein paar Wochen, aber... Oh. Hallo. Hallo. Oh, nein. Hallo. Oh. Hi. Ich helpp binzuf。」 Danke. if you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this eeeeeeeel this salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft 9 shafts, 90 tests we can test whatever we want to and beat that other company into the ground black mason those guys can kiss my... anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things but they wet their pants when they threw them out the door I pay the bills, I make the decisions around here and I hire and fire as I please now the first of these fears won't be ready for a few more months so you'll be participating in one of our smaller tests the aperture science innovators short term relaxation vault ok 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 Ja, je nachdem ob das so ein richtiges, nochmal eine richtige andere Story so gesehen ist oder ob das halt alles nochmal neue Testräume sind, so wirklich neue Tests, die halt irgendwie aber auch noch ein bisschen Sinn haben, sag ich mal. Wenn das so ist, dann werde ich die auch noch machen, wenn nicht, dann nicht. Wie lange dauert das denn? Fünfeinhalb Kilometer unter der Erde, Leute. Alles klar. Alles klar. Also, als ich gesagt habe, in der letzten Prerequerted-Message, du wirst in ein Aperture Science Innovator's Short-Term-Relaxation-Volt für ein schnelles, tiefes Sleep. Und dann bist du fertig. Das ist das, warum wir dich hier in der Nacht gebracht haben. Du bist wahrscheinlich ein Walking Zombie. Das wird uns die besten Resultate geben. Aber just remember, don't sleep too long. This isn't a better breakfast. And if you decide to stay in the night, I'm charging you rent for the next year. We all have a bed ready for you. Just follow the testing area's signs and go to bed. Don't mind the turrets. They are fire in blanks. At least that's what Gravy Harry told me. And six signs, boys, disappeared, Mr. Ben. Alles klar. Hm. Gibt's eigentlich in dem Spiel Achievements? Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß nicht. Müssen wir jetzt hoch? Aber nee, ich will... Hier, ne? Oh, hier ist noch Kaffee drin. Sieht noch ein bisschen ekelig aus. Ich glaube, ich will ihn nicht mehr trinken. Hey. Ich glaube, du guckst in die falsche Richtung. Naja, okay. Ah. 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 Okay. Okay. Okay, aber ich kann hier, glaube ich, nichts anderes machen. Ah. Ja, das ist auch bei mir so verschwommen, Leute. Bei euch ist es nicht so krass verschwommen, wie bei mir irgendwie. Nein. Okay. Akzeptiere ich so. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay, seine Stimme ist anders. Ich will wieder schlafen. Nichts hat sich geändert, mhm. Alles klar. Als ob ich jetzt nicht durchkomme. Was für ein Dickschädel hat der Charakter, den wir spielen? Das war chilliger als er war. Ich dachte wir kriegen jedenfalls eine kleine Animation, dass man so auf den Boden kracht oder so, aber nein. Okay. Ah. Was ist das? 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 Okay. Das ist hier... ...ein wenig heruntergekommen. Wenn ich das so sagen kann. Ah. Zack. Ich bin der Portal Main, Leute. Haha. Alles klar. Du hörst dich sehr, sehr sicher an, mein Boy. Oh. Hier runter? Gut. Es kommt mir hier ein wenig komisch vor. Aber okay. Akzeptieren wir so. Alles klar. Ich dachte mir schon, dass wir sowas machen müssen hier. Kommen wir durch. Ja. War das eine gute Idee? Ja, okay. War nicht schlimm. Nein. Ah, okay. Gleich hier unter sogar. Huh. Ich glaub dir, jedes Wort. Ich glaub dir, jedes Wort. Okay. Du Enter. Okay. 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 Aber wenn wir da jetzt durchgehen, sind wir am Arsch. Das ist so. Okay. 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 Und jetzt von da aus rüber auf die andere Seite. Achso. Ah. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den ersten Part. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit. Es ist interessant. Ja, es kommt ja als Ersatz für Escapist. Escapist wird immer nur zwischendurch mal für, anstatt Portal Stories kommen, falls ich halt Zeit habe, aufzunehmen. Falls ich das am Anfang nicht erwähnt habe. Ist tut mir leid. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Es tut mir leid. Haut rein.